Und wir laufen. Ja, kannst du. Nimm nur. Ist okay. Ja? Hallo Welt. Ich bin der Ed, ich habe die Sonne im Gesicht, weil heute ein schöner Tag ist. Ich bin kein sehr routinierter YouTuber oder Equipment-Tester, aber meine Freunde aus der Klangfarbe haben mich gebeten, dass ich ein neues Kastl ausprobiere. Und ich kriege da auch kein Geld dafür. Da habe ich eventuell schlecht verhandelt. Nein, ich mache das als Freundschaftsdienst und probiere das jetzt aus. Ich weiß darüber auch noch nicht sonderlich viel, aber wir werden das jetzt gemeinsam entdecken. Das ist es. Das ist das Mean Bone, aber in einer speziellen Variante für die Klangfarbe. Sichtbar dadurch, dass da Klangfarbe draufsteht. Die Burschen und Mädels haben mir zuerst schon gesagt, das ist kein Regenwurm, wie ich am Anfang geglaubt habe, sondern das ist wohl wildes Gedärm. Du hast rockig nämlich. Ich habe es kurz schon mal angespielt, das Ding. Das ist nichts für ruhige Geister. Das schiebt ordentlich an, kann aber alles mögliche und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir sind in einem alten Fender pro Reverb und momentan habe ich meine Stratt da und ich will euch zuerst einmal zeigen, wie clean das Ding ist. Oder wie andere YouTuber sagen, here is my clean tone. Also völlig furztrocken. Da macht der Amp nicht sonderlich viel. Das macht jetzt das Mean Bone. Und das probieren wir jetzt aus. Wir trennen es auf. Es leuchtet blau. Und was macht das? Es leuchtet blau. Okay. Ich will vorher aber noch, ich möchte kurz großen Applaus für die Beschriftung einfordern. Yes! Und zwar, wir haben Gravail, wir haben Schmäh, wir haben eine Trara, dann haben wir Schmolz und Fetten. Und das allein ist schon mal super. Gravail macht die Lautstärke, Schmäh macht den Ton, eine Trara ist das Game. Und Schmalz, das dürften drei Clipping-Stufen sein oder drei Clipping-Optionen. Zumindest ändert es die Art, wie es komprimiert. Ich glaube, in der Mitte ist es am offensten. Und dann gibt es noch zwei weitere Stufen. Und hier, das ist der Bass-Schalter. Also die nona ist die fetten der Bass. Okay, so klingt es. Pass auf. Nochmal zum Vergleich. Völlig clean. Ja, ganz sauber. Und jetzt nicht mehr. Das coole an dem Ding ist, finde ich, es klingt sofort gut, oder? Ich meine, das ist sofort ein Rock-Sound, mit dem man arbeiten kann, oder? Okay, dann schauen wir mal. Ja, der Gravail macht die Lautstärke, wie gesagt. Und es geht sehr laut. Hier der Schmäh. Wir haben gar keinen Schmäh. Er ist auch wirklich ein schmähloser Sand. Schau. Aber auch nicht unbedingt unbrauchbar, eigentlich ohne Schmäh. Aber mit Schmäh ist es besser. Wir drehen ein bisschen Schmäh auf. Und übertreiben es mal mit dem Schmäh. Das ist normalerweise dann immer sehr blöd, wenn man es mit dem Schmäh übertreibt. Oh, das schneidet. Vielleicht am Hals-Pickup. Ja, das kann man schon brauchen. Aber nehmen wir ein bisschen Schmäh zurück und kümmern uns um eine Trara. Also sprich den Gain-Regel. Ich drehe ihn mal ganz ab. Das ist zwar immer irgendwie seltsam, wenn Leute Equipment-Demos machen, wo sie das Gain ganz abdrehen. Aber offensichtlich macht man das so. Und weil ich auch gerne YouTube schaue und mir Kastl-Demos anschaue, mache ich das halt jetzt auch. Wenn man es so macht. Mal abdrehen im Vergleich dazu. Kein Kastl und ein Kastl. Es ist schön dynamisch. Du kannst, du kannst... Es ist aufgedreht jetzt und du kannst... Und wenn du da mal rein haust... Das ist cool. Okay, dann geben wir mal ein bisschen mehr eine Trara. Wir drehen zu einem Drittel eine. Aber da ist zu Hause. Das will es sein. Das merkt man. Und dann drehen wir mal voll eine jetzt. Pass auf. Ich muss auch sagen, das Grundrauschen ändert sich nicht wirklich. Auch mit voll eine Draht. Ich gebe nochmal zu bedenken. Passt auf. Das ist der Clean-Ton. Wir sind auf einem uralten Fender Blackface auf zweieinhalb. Zweieinhalb. Das Ding macht de facto gar nichts. Und jetzt gehen wir auf den Verzerrer. Voll aufgedreht. Eine Trara, voll eine Draht. Cool. Aber sind wir uns ehrlich, wer spielt schon sowas mit einer Standard-Vintage-Strat? Niemand. Oder? Ich bin gleich wieder da. Ich hole mal was Fettes. Hallo und willkommen zur Mitte dieses Films. In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern anzuschließen bei Finde den Fisch. Klingt clean einmal. Klingt clean so. So? Gar nicht. Warum klingt es? Klingt gar nicht. Weil es nicht eingesteckt ist. Pro. Profi-Tipp. Wenn du Gitarre spielst. Vor allem E-Gitarre. Es ist total praktisch, dass du es einsteckst. Also. Gibt es den ES-335. Schaut so aus. Klingt so. App. Mainbone. Ist es genauso eingestellt wie jetzt gerade bei das Draht noch. und mach das Ah komm Da müssen wir was mit Ja cool Okay wir gehen auch da mal auf wenig gehen Ja ist cool Ist cool Okay wir geben ein bisschen mehr ein drauf und jetzt schauen wir mal was diese Sachen da machen Jetzt sind wir in der Mitte Das dürfte so auf JCM800 Richtung gehen Dann fahren wir mal weiter rauf Mit dem Schmolz Schmolz in der Mitte Schmolz weiter oben Ah ok es komprimiert mehr Das heißt wir müssen Lautstärke nachlegen Ah fein Und Schmolz unten Okay Schmolz in der Mitte ist am wenigsten komprimiert Schmolz unten ist ein bisschen mehr komprimiert und Schmolz oben ist volle Kanone Also das ist dann so ziemlich Das machen wir mal das wildeste Okay Okay gehen wir dann ein bisschen zurück So das ist ja noch mal Yes Und wir schauen uns den Bass an Und wir schauen uns den Bass an Bass in der Mitte ist glaube ich am wenigsten Bass Ein bisschen mehr Bass Ja cool Und am meisten Bass Ja das ist ja fast schon Jetzt schauen wir mal wie es aufklart wir sind wir sind voll auf Abriss gerade und ich habe jetzt die Gitarre oben zurück gedreht Verzerrer läuft gell also Ich mag das immer wenn es dann Verzerrer läuft Und die besseren Clean Sounds sind ja die die eher ein bisschen verzerrt sind Im Vergleich das weil jetzt die Gitarre zurückdreht bis auf zwei runter Opa Jetzt ist die Gitarre wieder voll auf aber der Verzerrer aus Nicht schlecht Okay pass auf ich gebe den Bass jetzt trotzdem wieder ein bisschen Ich gebe ihn runter Dann ist er ein bisschen tighter Und das Schmolz lasse ich so Das gefällt mir so Ich gebe ihm ein bisschen zurück Und ich hole die Freak Gitarre Hopp Die nächste ist da Das ist ein Firebird Sieben Und die hat drei Pickups Und die sind sehr heiß Sagt man so Sprich da kommt ordentlich was raus Und das passt ja ganz gut zu dem Castle Ich spiele jetzt über einen Backing Track drüber Ich habe jetzt nur schnell irgendeinen gratis Backing Track runtergesaugt Das ist irgend so ein Boomer Hard Rock Track Aber hey Ich bin alt Die Gitarre ist auch nicht mehr die Jüngste Spielen wir halt was Jede Art von Rock'n'Roll ist willkommen Oder? Okay Der Verzerre ist gar nicht verstellt Oder verstärker ist nach wie vor völlig clean Und ich spiele da jetzt mal drüber Okay? Okay Das ist ja auch nicht mehr die Jüngste Ja! Ja! Das war das Beanbone-Pedal in der speziellen Klangfarbe Tischen. Ich habe zuerst vergessen, das Ding ist aus Ungarn. Von Albert Kassledat. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ich finde es klingt cool. Es ist eben kein Regenwurm drauf, sondern ein Gewärm. Weil es wild ist und so klingt es auch. Und es klingt auch anders als das normale Pedal. Und ich finde es klingt gut. Ich spüre noch bis heute. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017